Die Geschichte handelt von Reisen, von solchen, die wir unternehmen, um uns zu beweisen. Sie handelt von Abenteuern, von einer mächtigen Magie, mächtiger als jede, die ein Mensch zuvor verspürt hat. Davon, wie es ist, zu lieben und geliebt zu werden. Von Mut, von Freundschaft. Tolkien. Demnächst nur im Kino. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!